Was hier so spielerisch aussieht und interessiert verfolgt wird, hat einen ernsten Hintergrund. Die Vogelsberger Rettungshundestaffel der Johanniter Unfallhilfe hatte zum Casting geladen. Bei dem schönen Wetter am Sonntag waren tatsächlich zwei Dutzend Vierbeiner mit Herrchen oder Frauchen auf den Hundeübungsplatz in Lauterbach gekommen. Da war wohl fast jede Rasse bei. Gesucht unter ihnen der Haushund, der auch für Rettungseinsätze geeignet sein könnte. Ausbilderin Wiebke Möller führt ein. Das muss der Hund da schon mitbringen, das lernen die aber auch. Es gibt natürlich Hunde, die sind stumm wie ein Fisch. Da eignet sich das Verbellen natürlich nicht so gut. Und das sind die Hürden auf dem Weg zum Rettungshundedasein. Manche stellten sich für die Kandidaten tatsächlich als schwierig heraus. Mit dieser Schräge hatten die meisten Hunde eigentlich noch gar keine Schwierigkeiten. Einmal rauf, einmal runter, Belohnung, fertig. Aber die Röhre. Da musste Frauche manchmal schon vorher mit der Belohnung winken, ehe der Hund sich dahin durchwagte. Wozu soll denn so etwas auch gut sein? Und dann kommt Smiller. Die vielleicht kleinste Mischlingshunde auf dem Platz nahm alle Aufgaben ganz locker. Auch die Röhre. Der schmale Balken. Für einige Vierbeiner war dieser Weg durchaus anspruchsvoll. Aber Smiller stolzierte auch da locker hinweg. Und mancher Kollege nimmt die Aufgabe an der Hand von Frauchen ganz gelassen. Das Flatterband ist für Hunde oftmals ein Hindernis, das sie lieber umgehen. Nicht jeder traute sich dahin durch. Oder erst nach guten Zureden. Eine Ausnahme war wie das Smiller. Manchmal ist es doch gut, wenn man so klein ist. Sehr fein. Was ist eigentlich das wichtigste Kriterium, das Sie beurteilen hier auf der Strecke? Das wichtigste Kriterium ist, dass die Hunde für mich vom Wesen her sehr gefestigt erscheinen, gelassen sind mit solchen Situationen, sicher sind mit solchen Situationen. Und dass ich sehe, dass das mit dem Hundeführer als Team funktioniert. Es ist nicht schlimm, wenn die Hunde das bei der ersten Runde zum ersten Mal machen und noch gar nicht können. Und man aber sieht, der Hund vertraut dem Menschen und für seinen Menschen tut er sich dann auch überwinden, um das Ganze dann schlussendlich zu schaffen. Wer einmal patzt, hat also noch längst nichts verloren. Und Staffelleiter Stefan Mink freut sich derweil über die gute Resonanz an dem Tag. Zwei Dutzend Hunde sind hier heute. Das erscheint mir für so einen Aufruf eine ganze Menge. Ist das viel so bei Ihrem Verein? Ja, das ist eine ganze Menge. Wir hatten ja Werbung im Radio und die ganzen Internetportale und Zeitungen. Und das ist eine große Zahl. Und da sind wir auch sehr froh und glücklich, dass heute so viele gekommen sind bei dem schönen Wetter. Hier sind jetzt Hunde aller Rassen, möchte ich mal sagen. Große, kleine. Gibt es eigentlich den typischen Rettungsstaffelhund? Oder kann das im Prinzip jeder Hund? Den typischen Rettungshund gibt es eigentlich so nicht. Man sagt, dass alle Gebrauchshunderassen, zum Beispiel Retriever, Border Collie oder solche Sachen, die Veranlagung ja an sich schon mitbringen. Aber jetzt den richtigen, den Rettungshund, den gibt es eigentlich so nicht. Das muss man immer so entscheiden. Also wir haben bei uns in der Staffel sind Mixer dabei, wir haben Retriever dabei. Da ist eigentlich auch eine bunt gemischte Truppe. Unsere kleine Heldin Smilla holt sich inzwischen nach getaner Arbeit aus. Ob aus ihr einmal eine kleine Retterin wird? Sagen Sie, Smilla hat diese Übung eigentlich alle mit Bravour gemacht. Sind Sie der Ansicht, Smilla könnte ein Rettungshund sein? Ja? Das hoffe ich, deswegen bin ich ja hier. Ja, das hieße natürlich auch, Sie müssten Smilla zur Verfügung stellen im Fall des Falles. Das würde auch heißen, dass ich mit Smilla zusammen auch auf Einsätze gehen würde. Ja, genau. Ach, und wo so viele Vierbeiner zusammen sind, bahnt sich natürlich auch manches Techtelmechtel an. Hunde sind schließlich auch nur Menschen.